Ja Leute, wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie in diesem Tempel, was irgendwie schade ist. Wir gehen einfach mal hier runter jetzt. Boah, ja natürlich, aber klar doch. Nochmal. Oh, ruhig. Haben wir Schlüssel? Nein, also gehen wir hier rein. Da müssen wir rauf. Dann haben wir unsere Feen. Wir müssen nach oben, definitiv. Das ist der falsche Weg. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Hä? Ah. Die Energie wird knapp. Dieses eklige kleine Viech. Also ich will jetzt nicht um, also wirklich sehr, oh. Sehr ungern hier raus. Und Feen holen. Schlüssel, was bist du für ein Viech? Danke dir, siehst du aus mir das Leben gerettet. Soll ich hier ein bisschen spoilern oder? Ne, ich spoilere mal nicht. Denkt euch, was ihr wollt, bei dem Gegend, bei diesem Mädchen hier. Wir gehen nach oben. Jetzt gehen wir nochmal geradeaus runter. In der Hoffnung, dass hier jetzt ein Loch ist und wieder reinfallen. Da ist kein Loch. Waren die vielleicht das Loch hier? Ne. Ups. Oh. Ja. Ich hab... So, jetzt wird's interessant, mit so wenig HP, versiegen wir jetzt den Boss. Ob das eine gute Idee war? Wie geht der? Ich hab' ne Idee, aber das glaube ich nicht, oder? Das wäre zu blöd. Nee. Na toll. Ja, ist klar. Ähm... Fuck man, wir haben keine Fehl mehr. Ja, Game Over. Speichern dann weiter. Okay. Das sieht aus... ...nach, wir brauchen Feen. Auf jeden Fall. Wo gab es Feen? Jaaa... Das ist ne gute Idee, ne sehr gute Idee. Wir gehen... Ach, ich erspare euch das einfach mal und ich drück hier Pause und wir sehen uns im Tempel wieder. Okay Leute, eine kurze Zusammenfassung. Ich habe in der normalen Welt rechts, äh, neben links Haus, zwei Feen geholt. Und ja, im Wald bin ich auch noch gewesen. Musste ich ja. Und da habe ich ein Herzteil gefunden. Rechts vom Wald, also ein bisschen. Und ich habe den Pilz bei der... Im Magiershop abgegeben. Also ihr habt eigentlich nichts verpasst. Nur Grundzeug. Ja, jetzt hat er ein bisschen die Arsch gerade. Jetzt haben wir nämlich Fernkampf ein bisschen. Oha... Oha... Oh... Jetzt sind zwei Köpfe, äh... Oha... Aua... Stirb. Egal jetzt. Egal, egal T. Oha... Mein Gott. Wenn wir überhaupt kein Item bekommen, fällt mir gerade auf. Kann das sein? Das nächste Juwel. Haben wir echt kein Item bekommen? Ne. Ich habe alles verstanden. Okay, so. Jetzt müssen wir... Nummer 5 ist unten rechts. Alles klar. Ich glaube, dafür brauchen wir noch etwas. Das heißt, wir können mal in die normale Welt gehen. Es gab ja noch so ein paar Sachen, die wir jetzt holen können erstmal. Das zeige ich jetzt erstmal kurz. Mit dem Vogel. Wow. Unter anderem... Erstmal tun wir das hier. Das meine ich nicht. Keine Sorge. Oha... Ich meine... Ist ja nicht irgendwo so ein... Ne. Die meine ich nicht. Hm... Wo ist das? Es gibt hier doch so ein... Da ist er doch. Es gibt hier doch so ein... Ein... Ja. Dann gehen wir ein bisschen einfach hier rein. Ich würde den schon sehr, sehr gerne haben. Wir brauchen das Erdbeben oder wir brauchen... Dieses Feuer-Ding ins Kirchen da. Wenn wir weiterkommen. Und wir haben gar nichts von beiden. Aua. Ich hoffe mal, es geht jetzt so, wie wir es wollen. Ähm... Da müsste jetzt eigentlich eine riesen Kuhle sein. Ja, da ist sie. Genau. Ja, und jetzt haben wir hier... Mit Hilfe des Buchs. Genau. Unser erstes Amulett. Unser nächstes kriegen wir... Ja. Los, komm her. Hier oben. Ich will keine Energie verlieren. Einmal nur ohne Energie verlieren hochkommen. Das wäre so toll. Komm schon. Ah, perfekt. Oh. Oh. Ganz große Kunst. So, jetzt in der Hoffnung, dass hier oben... Ähm... Ja. Ich meine doch, das war hier, oder? Etwa nicht? Irre ich mich? Hier links, muss es eigentlich sein. Hm... Ja, da ist es. Hätten wir uns eigentlich schon viel früher holen können. Na egal, wir haben es halt jetzt geholt. Okay, jetzt können wir... Okay, jetzt können wir... Wenn das denn mal reicht... Hier hin. Wieder Richtung nach oben. Hier wieder durch. Und ja, jetzt einfach in die Richtung des Tempels gehen. Unten rechts eben. Aber wie man jetzt nochmal genau in diesen Tempel reinkommt... Aua! Hm... Ach doch, das war auch dieser... Dämliche... So mit, ne? Mit Handschuhen und so. Oh, wo gibt man den Handschuhen nochmal her? Wenn ich den Handschuhen gefunden habe, geht es hier weiter. Also, ich such den nicht, aber ich brauche einen Tipp. Also, ich google mal ein bisschen. Bis gleich. Bis gleich.